Wir haben Julius, wir haben Abraham, wir haben Ludwig den Sechzehnten, wir haben Caligula und Karl und Rosa und Sven, Olaf, Isaac, Pim und Soran, Franz Ferdinand und seine Gattin, Siegfried, Jürgen, Hans, Martin, John Fitzgerald und Jay, aber ey, wie wär's denn mal mit Donald? Mit Donald, mit Donald, mit Donald Wie wär's denn mal mit Donald? Mit Diggi, 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 D-Donald Wie wär's denn mal mit Donald? Mit Donald, mit Donald, mit Donald Wie wär's denn mal mit Donald? Mit Diggi, Diggi, D-Donald Wie wär's denn mal mit Donald? Wir warten, wir warten, wir warten 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 Okay, Umberto der Erste, Check, Check, Alexander der Zweite, Check, Check, Peter der Dritte ist weg, so wie Knut der Vierte und William Beck In Südafrika war's der Schaka, und damals in Indien Mahatma, in Russland Leo und in Japan der Hara, aber, aber, aber Aber das ist bloß Vergangenheit, wir schauen nach vorn, wir warten, wir warten, wir warten, oh Lord Gib uns doch bitte ein Zeichen, denn zu diesen ganzen Leichen, musst du noch rein, ne? Wie wär's denn mal mit Donut? Mit Donald, mit Donald, mit Donald Wie wär's denn mal mit Donut? Mit Diggi, 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 Donald Wie wär's denn mal mit Donut?